So da, mit Blatt machen. Verdammt, ich hätte aufpassen sollen, für was die geeignet sind. Konstruktion abgeschlossen. Und wie geil die getarnt sind im Boden, ey. Konstruktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. So, sind alle gebaut. Boah. Hey, die haben voll die Tarnmuster. Guckt mal, ihr könnts ja das mal sehen. Ah, der Feind wird sie nicht kommen sehen. Und wieso kann ich nix bauen, hey? Was hab ich falsch gemacht? Vielleicht soll ich's erstmal aufrüsten. Wäre eine Möglichkeit, ja, doch. Konstruktion abgeschlossen. Hä, wieso fuchzt's ja? Wie, fu- was? Hab ich noch einen mehr recycelt, als ich gewollt sollt hätte? So, dann baue ich fünf von denen. Ist mir auch recht, bauen wir fünf. Produktion abgeschlossen. Rüst mal gleich nochmal auf. So, jetzt muss ich nur den richtigen Commander finden. Kann ich die auch so rumzuweisen? Nein. Kannst du nicht. Geht nicht. Ist der untere, momentan. Momentan. Noch mal aufrüsten. Geht nicht. Bau, 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 bau. Jetzt kann ich sie bauen, na also. Produktion abgeschlossen. Okay, wir machen das mit den... So, war das der richtige? War der richtige. Wir machen das mal anders mit den V2L-Stationen. Wir bauen noch zwei. Weil wir nicht genug kriegen können. Und wie gierig, wie noch was sind. Ach. Warum kleckern, wenn man auch klotzen kann? So, bauen wir nochmal neun hier. Jetzt übertreiben wir es mal wieder. Ich merke schon. Konstruktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Die weise ich jetzt... Dem dazu? Ja, genau. So, fünf Luftabwehrwaffen. Eine Haubitze haben wir noch da, die wahrscheinlich bald eh tot sein wird. Eine Stunde Zeit noch. Da stimmt doch irgendwas nicht, oder? Konstruktion abgeschlossen. Ich war in... Ja, ich habe ewig die Zeit gehabt. Mache ich irgendwas falsch? Ich spiele doch auf Schwert. Konstruktion abgeschlossen. Ich mache irgendwas falsch. Das Spiel hat einen Bug oder so. Keine Ahnung. So, ja, ich wollte ja noch was machen, ne? Ich wollte, ich wollte einen... VTOL bauen. So, jetzt muss ich erstmal testen. Macht nur Schaden 100. Hat aber... Ach ja, ich wollte ja Bomben bestücken, wollte ich das, ne? Ja. Das hat ja nie gesehen, ein Feuerradio. Ich glaube, das war besser gegen Einheiten, das andere nur gegen Bunker und Aufhängung, oder so. Ich brauche noch eine Fabrik, sehe ich gerade. Konstruktion abgeschlossen. Oh Gott, jetzt übertreib es mal wieder grenzenlos, ja. Neun Stück. Und in die anderen neun. Oh Gott. Ich brauche noch 20 Ölquellen, oder so. Ja, liebe Leute, das könnte noch einen Moment dauern. Aber ich werde das nicht offscreen machen, nö. Kann ich mehr Videos machen, ja. Kann ich mich toll fühlen, weil ich 200 Videos in dieses Spiel verbraucht habe. Obwohl es auch in 50 gegangen wäre. Ja, wenn ich nicht alles so ewig onscreen gemacht hätte. Kommt dich, will ich. Du wirst ein wenig weiter vorverlegt, das gefällt mir hier nicht. Das hier gefällt mir ja nicht. Konstruktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. So, und weil wir so langweilig haben, sowieso nicht wissen, wohin mit unserer Energie. Warum brauchen wir noch eine VT-Fabrik? V2Ls kommen aber da hinten raus. Das könnte wirklich noch einen Moment dauern. Oh, ich kriege gleich meinen ersten V2L. Ja, gleich ist wieder so eine relative Aussage. Warum haben wir die Sekundärmissung eigentlich noch nicht erfüllt? Der Transporter ist doch weg. Was mache ich falsch? Ja, mach ich doch. Zivilisten habe ich wohl auch mehr oder weniger gerettet. Was mache ich falsch? Gibt es wieder irgendeinen geheimen Trick, den ich nicht kenne? Naja. Ja, fahr zweimal um die Basis herum und wirf dann einen Apfel gegen dir mal her. Konstruktion abgeschlossen. Äh. Nein, wer beschützt den bloß? Konstruktion abgeschlossen. Beschützt du den jetzt? Oder was machst du jetzt? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, gut. Ich habe keine Ahnung. Ja, das haben wir noch gar nicht gemerkt. Denn wir sind blöd. Fast zu blöd wie du. Ich stelle mich mal da hinten. Da, komm. Ich muss einfach hoffen, dass gerade Adler die kommt und alles wird gut. Oh ja, doch. Ist alles recht gut befestigt, möchte ich mal sagen. Mehr oder weniger. Ja, doch. Geht schon. Geht schon. Komm, Mann, das sind ja alle voll, ne? Ja. Wann wird der? Ich glaube, ab 512 oder so wird der beferdert. Wieso kann man nicht mehr als 1,5 machen? Das ist doch scheiße. Ich glaube, ich mache das doch off-screen. Oder will das irgendjemand sehen, wie ich jetzt eine halbe Stunde lang nur so scheiße Einheiten baue? Glaube nicht. Also speichere ich mal kurz hier. Ja, ich mache es off-screen. Das dauert dann doch zu lange. Also wenn die Einheiten fertig sind, sehen wir uns dann hier wieder. Ja, genau. So, nun geht es weiter, nun geht es weiter. Ich habe es noch ein bisschen weiterlaufen lassen, damit ich noch ein bisschen Zusatzenergie habe. Und jetzt werde ich gleich mal die Bombe ausprobieren. Wo ich hier gebaut habe, neun Stück. Und, oh, ich bin gut unterwegs. Machen wir mal auf 1. Doch, ja, schön schnell. Schauen wir mal. So, werfen wir da mal ein paar Bomben hin. Schauen, was das so macht. Boah, leckt das jetzt. Was ist denn jetzt los? Missionsziel erreicht. Boah. Warum hat das jetzt so gelaggt? Ist ja krank. Das war jetzt echt übel. Missionsbesprechung beginnt. Commander, wir können jetzt VTOLs bauen. Die aus dem Lager geretteten Zivilisten haben uns darüber informiert, dass das Kollektiv nach Leuten sucht, die Wissen über Atomreaktoren besitzen. Der einzige Reaktor in diesem Sektor liegt an dieser Stelle. Rücken Sie von der Landezone in Richtung Reaktor vor und zerstören Sie ihn, damit das Kollektiv nicht von seiner Energie profitieren kann. Missionstimer aktiviert. So, wie ich wieder ganz drüber fahre, ne? Ja. Ach ja, die starten jetzt alle automatisch ein. Okay, das ist gut. Das ist gut. Was hat mir die sekundäre Missionsgebracht? Äh, keine Ahnung. Boah. Okay, egal. Also, halten Sie besser mal auf, bevor die da Atombomben bekommen. Oder, na gut, werden Sie wahrscheinlich eh bekommen. Na ja, das ist alles gescriptet. Wir kriegen die Atombomben so oder so, egal wie schnell du bist. Oh, und wenn Sie sich nicht schon wieder an der Wand einkeilen würden. Oh, echt, wie ist er... Jetzt vergleicht der nächste noch ein Loch. Na ja, wie ist er alle da reinfahren, der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Nein, ich werde jetzt nicht singen. Nein. Drei lasse ich mal da stehen. Zwei, wo stelle ich zwei hin? Ich lasse besser zwei auch mal da stehen. Kann ich euch eigentlich nach einem Sporter laden? Ja. Aber ich kann euch nirgends wo reparieren lassen. Gibt es da so mobile Reparaturplattformen? Scheiß Mistding-Track da. Oh Gott. Mein Deutscher ist schon wieder episch. Oh. Zum Glück habe ich alle Gebäude platt gemacht. Das würden Sie ja noch mehr... Oh, das ist doch nicht wahr. Selbst da verkeilt ihr euch. Ich glaube es einfach nicht. Ich weiß... Das ist doch noch nicht mal richtige Delle. Das ist... Oh, das ist... Was weiß ich? Da ist ein Kieselstein runtergefallen. Mehr ist das doch nicht. So, wo ist mein bester Commander? Den nehme ich mit. Nein, du bist nicht mein bester Commander. Du bist mein bester Commander. Fähre jetzt mal direkt da rein. Das nehmen wir mit. Ein paar Punkbuster nehmen wir mit. Und... Zwei Punkbuster. Ein paar Lancer würde ich sagen. Ja, schauen wir einfach mal. Ach, läuft, läuft. Ah, geh weg. Zuck, zuck, zuck. So, was haben wir jetzt drin? Zwei Punkbuster? Reicht. Ja, doch. So, dann nehmen wir dich mit, weil du schon befördert bist. Verheizen wir ein paar befördere Einheiten erst mal. Komm, man, der Richter ist schon so. Ob, fahren wir rein. Und, Moment, jetzt... Jetzt mal ein wenig langsamer. Also, ich nehme noch zwei Lancer mit. Vielleicht soll ich auch was zur Luftabwehr mitnehmen. Ach, Ivo. Obwohl, wäre vielleicht doch nicht verkehrt, wenn Luftabwehr noch mitzunehmen. Obwohl, die kann ich nachziehen. Die kann ich nachziehen. Nehmen wir noch zwei. Bist niemandem zugewiesen? Okay. Äh, sonst scheint alles jemandem zugewiesen zu sein. Du auch? Ja, nee. Äh, was? Ich wolle doch nur einen. Nee, euch will ich nicht. Ich will aus irgendeinem Grund noch ein Geschütz mitnehmen. Auch wenn es wahrscheinlich überhaupt nichts bringen wird. Und... Ich könnte mal speichern, ne? Ach, speichern, das ist doch nur was für... Für Leute, die glauben, sie sterben. Und ich sterbe ja nicht. Ich bin praktisch unbesiegbar, so. Ich mein... Ich kann es gar nicht beschreiben, wie mächtig ich bin. Und wie macht der Teleporter das? Was zur Hölle? Ich bin doch gerade erst angekommen. Was soll denn der Scheiß? Was soll der? Ich muss mal Commander. Mann, Alter. Das war jetzt nicht nett. Echt, das war nicht nett. Okay, wir brauchen... Wir brauchen jetzt erst mal... Nein, wir brauchen Baufahrzeuge. Zwei Stück. Hey, 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 hey. Hey! Was soll denn der Scheiß? Habt ihr noch alle gelackt am Zaun? Was soll denn das denn jetzt? Dann nehmen wir noch davon was mit. Und... Was brauchen wir noch? Wir brauchen Luftabwehr sicherheitshalber noch. Wo ist er denn? Zweimal Luftabwehr, nehmen wir dreimal mit. Noch wegen Python. Jawohl. Schick los. Sieht doch gut aus. Sieht doch gut aus. Ich weiß, was ich tue. Ich weiß, was ich tue. Ich weiß es ganz genau. Hört auf mich, dann werdet ihr... Ah, wo war was? Wann, wie, wo, wer, hä? Ah, kann ich den nicht einfach überfahren? Nee, kann ich nicht. Oh, fahr da halt weg! Fahr da weg, hab ich... Sag mal! Ich glaub's ja wohl einfach nicht. Vorher nach eigenem Messen. Vorher erwidern. Position halten. Ich mach mal Position halten. Vielleicht bringt's ja was. Wahrscheinlich nett, also... Kenn mich ja mit meiner Spielweise, also... Gleich nochmal speichern. Mir wär's echt lieb, wenn ich da gleich mal ein wenig aufräumen könnt, ne? Oh, na... Oh ja, ewig die Lancer. Wie geil. Boah, ich hasse euch jetzt schon.